Hallo, hier ist Naruto 1986, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Revelations zu Part 37 und wir machen jetzt hier weiter und ja, mal gucken mhm, da ist alles perfekt drin hab nur gerade geguckt eben, wow, geil, das klasse ist, siehst du, jetzt haben wir jetzt einen Satz 1 und Satz 2 zusammen komplett alles voll, das heißt nur noch Satz 3 und dann haben wir das nämlich auch fertig das ist der letzte Satz und dann ja, ich glaub, die anderen Sätze, die machen sich, glaub ich, auch ja, natürlich machen sich die anderen Sätze genauso und hier ja, hier muss man, oh ja, da, taktische Bomben haben wir jetzt schon noch zweimal muss man taktische Bomben einsetzen dann, ah ja, dadurch, dass ich die vorhin so oft eingesetzt habe, klar, warum nicht machen wir, ja, das kriegen wir alles noch hin, das macht sich ja langsam alles hier hier oben wird's auch schon langsam, ja, perfekt mhm, so langsam macht sich hier alles jetzt mhm und dann wollen wir mal wieder rausgehen hier, aus der feste, aus unserer geleinfeste hier und weiter geht's mhm, mal gucken wo gehen wir jetzt als nächstes hin äh, ja, klar, erstmal kurz hier schnell noch mhm ja, super, dazu muss ich jetzt erstmal kurz hier schnell hier noch oben mit ihr los, ätzig, warte mal, kann man, ich muss mal hier hin ist das hier hinten ist das hier hinten gehen wir mal hier kurz so ah ne, ist hier oben dann, okay, hier so, warte mal, gibt's da noch was anderes mit den Assassinen oder irgendwas sonst nur irgendwo was mit den Assassinen und sowas bis jetzt noch nicht, das heißt, wir müssen das Ding erstmal, die kann festen, was so noch sind, frei machen, dass man überhaupt weiß, was wir für festen haben mhm, dann haben wir's nämlich, äh schon aufm Boden wischen, so mhm, den Poppes abwischen aber war's auch nur ein Witz war nur ein Witz, zwei mal ein Witz so sind's wieder alle zurück hier, die Leute sind meine Leute wieder alle zurück perfekt so dann der nächste hier auch die Waffen, so perfekt, dass jeder voll, was er voll haben muss so dann gehen wir wieder hier drauf dann gehen wir mal nach Lissabon wow äh ne, 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 das lassen wir mal, das ist zu wenig äh, ich brauch schon, äh Marseille ne, ist auch noch kurz zu wenig so, das ist auch noch zu wenig tun ist, was gibt's hier mhm ne ne komm, geh mal mal in Bruchsal und guck mal was es hier so schönes gibt hey naja, das ist okay mh, dann schick ich den, 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 den damit schick ich euch 6 bei mir sieben ok warte mal fast alles hier komplett so dann schick ich euch dort mal hin 4999 das ist okay für das da dann lassen wir mal das hier gehen wir nach algeria schon mal hier er hatte könnte auch gut tun machen wir den überhaupt hier ja den haben wir hier das ist der neuner dann schick ich den dorthin dann schicke ich noch ein den hier mit hin warte mal das sind dann 1 2 3 4 und er ist dann halt 5 5 müssen 6 dann noch halt 7 doch den damit hin und er schicken noch den von mir aus mit hin und und das war es eigentlich das können die alleine machen jetzt los geht's weil die anderen brauche ich nämlich noch für eine rekrutenaufgabe brauche ich die anderen nämlich hierfür nämlich noch gerade gut dann gehen wir erst mal wieder zum schmied und kaufen erst beim ja ja mit dem alter wird es immer so und so sein aber ist es eben nicht so dann ah hier nimmt man jetzt gleich einen schmied gehen wir gleich mal hin dann wird man ruhiger ne 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 jetzt vielleicht aber nicht ich leider tut mir leid so dann gehen wir jetzt erst mal hier zum schmied holen uns erst mal was da es so gibt so und so und jetzt haben wir genug kohle und alles zusammen hier oh die medizin hier weg vom weg 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 schmied ist hier perfekt und dann wollen wir mal hier waffen und 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 so und und so so perfekt okay dann hat das dann den hier kleinen waffen immer noch den den und den und dann wieder so ihr werdet dies gewiss nicht bereut die Wache wird eine Lektion erteilen komm her das habe ich getan Fakt giss es jetzt nein oh schmeiß die alle da hin ey wie ich sie da hin warum würdet ihr ich würde euch mein Tod nützen ihr nervt nervt und du auch nicht alter aus dem das ist ein Problem habt eh meine Frau Güte ey was ihr immer für ein Problem habt eh äh Munitionen Ambrust Branche noch einmal Ambrust Bolzen Wurfmesser ist voll das ist auch voll dann brauche ich jetzt noch kurz einen Schneider wenn wir dann das alles haben dann brauche ich jetzt hier als nächstes gleich mal einen ja wo ist denn der ja gut gehen wir kurz anders mal auf die Bank so dann gehen wir noch zum Schneider ich bin wirklich unschuldig warte 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 guck mal her Mädels nach euch ha 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 großartig Wetterso super ja herrlich und dann nochmal so so und ich als Meister als Mentor auch nochmal so drauf na also es klappt doch ja den wir dich haben auch noch einstellenden Kollegen da drüben so wenn ich das nämlich dann habe so ah ja da drüben geht es dann auch gleich zum Schneider super genau da wo ich hin möchte du bist stöder sonst muss ich dich leider hier so jetzt noch zum Schneider hol mir schnell beim Schneider noch alles was ich fühle ich da beim Schneider gleich noch alles auf was ich brauche wo ist denn der jetzt schon wieder der Schneider wo ist denn das jetzt das liebe Schneider dann ah ja hier nein den schwarzen Händler will ich nicht Schneider ich bin zum Schneider klar wenn nur ich werde ich denke brauchen eigentlich Oh Gott ähm Beutel was das schon wieder so ja nimm doch das hier gleich mal mit hier nimm doch das gleich mal mit hier so dann noch Kleiderfärben Fallschirm und nämlich noch gleich alle meine Fallschirm hier wieder mit so das gibt es jetzt hier zum n 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 gerade können wir auch noch gehen, genau brauchen wir jetzt nicht mhm oh man, jetzt muss ich kurz noch mal schnell zum Schmied zurück rennen und danach noch mal zu den Bomben das machen tut mir leid, ich muss jetzt noch ein bisschen was machen wieder, tut mir leid ich muss leider meine Ware hier ganz nett noch mal alles neu zusammen holen hier ich habe Pashas und Grenzen gedient so, komm her mhm Munitionen brauche ich hier noch mal ein paar Bolzen mehr Wurfmesser habe ich, Kugeln habe ich auch alles voll, das heißt ich muss jetzt noch mal zum und hier noch mal zum Arzt, schnell noch mal hin, Alter wo ich jetzt überall wieder hin darf um meine Ressourcen aufzuführen, das ist doch nicht normal mehr schnell wegen des Gifts, so, hol ich da noch mal ein paar von denen dazu, so so oh, perfekt, das ist jetzt hier alles voll hab ich meine Mizzino? Ja, hab ich alles komplett nicht so es gibt immer noch, es gibt immer noch sehr viel mehr Beutel es gibt noch mehr Beutel, natürlich und alles anderen Waffen aber ich habe nur nicht alles gut, ich habe jetzt erstmal so ein bisschen großteils ein bisschen was eingekauft, sodass man das auch ein bisschen was hat habe ich ja auch als 37. Party auch hingeschrieben mhm warte mal, haben wir ja, stimmt, haben wir gut, dann kurz nochmal dort hinten hin, weil da muss ich noch eins da muss ich jetzt auch nochmal schnell neun weg mit euch, dann muss ich kurz in neun ihr seid auch Tiere ja, muss ich kurz noch muss ich jetzt kurz schnell noch Stolz Leitungen Kommission jetzt um da habt ihr recht euch im Schuh mit genügend Geld in den Rachen geschmissen das reicht nämlich er gibt es noch irgendwas zum und heulen vielleicht anscheinend nicht mehr okay alles schlimm so gehen wir erstmal hier hoch hier hoch und hier rein hierhin muss ich zu den Bomben ey das hab ich auch nicht gemacht ey kommt ich muss meine Bomben wieder alles auffüllen auch genau so jetzt habe ich ja jetzt habe ich alles komplett von meiner Ausrüstung und Ware habe ich jetzt komplett alles wieder zusammen das war's jetzt gut dann als nächstes warte 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 mache ich mich auf zur ja warte lass mal momentan nein das ist ein Buch laden nee 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 was ist das hier Buchladen will ich auch kein Tee ne mh 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 vielleicht irgendwo noch ne war es nicht das heißt ich brauche jetzt kurz mal schnell hier da schnell reise da drüben gibt es hier schnell reise tun dafür immerhin er hat auch gar nicht rein jetzt so wie raus hier wieder so er muss man tot kann es auch hier bleiben du brauchst du nicht davon rennen du willst Probleme machen dann komm her du brauchst doch einmal 100 Prist jungen du brauchst die Klappe halten du brauchst doch einmal wachst und brechen vollidiot ich ungerne mich unterbricht ok dann beenden wir jetzt hier den Part wir sehen uns im nächsten Part wieder euer Naruto 1986 und ich freue mich wenn ihr wieder einschaltet wer beim nächsten Mal dabei seid gebt einen Daumen hoch abonniert meinen Kanal war nämlich sehr näher da würde ich mich sehr drüber freuen dankeschön das war jetzt Assassin's Creed Revelations Part 37 also ciao bis gleich bis zum nächsten Part so